Hallo, ich bin Amelie, bin 13 Jahre alt und komme aus Lundestädt. Und wir füllen hier heute den Aktionstag in Weberstedt und wir wünschen euch beim Zuschauen viel Spaß. Wir sind hier, aber bevor wir hier saßen, hatten wir einen Gottesdienst. Das ist, ja, damit wir halt so ein paar Lieder singen und ja, jetzt sind wir halt hier. Ja, hier gibt es viele verschiedene Sachen, da ist zum Beispiel, wo das grüne Netz ist, das Street-Soccer-Tunnel, da kann man mitmachen. Und da hinten, komm mal her, da wo diese weißen Hütten sind, kann man auch viele Sachen machen. Und wenn man diese Sachen macht, kriegt man dafür so eine blaue Dinger, die nennt man Kujambeln. Und wenn man fünf davon gesammelt hat, also praktisch fünf Sachen gemacht hat, kriegt man kostenlosen Arbeit und dann kommt man kostenlos in die Max-Disco. Und die ist von 19 bis 22 Uhr. Ich hoffe, ich konnte euch... Wir sind hier auf dem Aktienstag, wurde ja eben schon gesagt, und hier sehen wir ein Zöcker-Spiel. Und für dieses Spiel bekommt man auch so eine Brosche, so ein Teil. Und wenn man fünf von diesen Teilen hat, kriegt man, wie eben schon gesagt, ein kostenloses Einfach. Und zwar, die Dinger, die zeige ich euch jetzt mal. Moment. Währenddessen, während ich das Ding suche, kann Laura ja ein bisschen mal filmen. Ich habe es schon, und zwar sieht das Ding so aus. Das nennt sich Kujambel. Oh, scheiße. Mein Torf. Ja, genau. Sieht sehr schön aus, ne? Genau. Und wenn man fünf Stück von diesen Dingern kriegt, kriegt man ein Armband als Erinnerung für diese schöne Zeit. So. Und die Menschen hier, die scheinen auch sehr freundlich zu sein. Und die scheinen sich auch zu freuen. So sieht das alles aus. Dann gehen wir mal hier ein bisschen rum. Ja, sie haben sie von dir geschenkt gekriegt. Sehr schön aus hier. Ja. Sehr schön. Wisst ihr übrigens... Drei Schwein. Sehr schön. Wisst ihr übrigens, dass wer da gerade führt? Das interessiert keinen Schwein. Okay, da kriegt man was zu essen, ne? Ja, da kriegt man was zu essen. Und hier kriegt man Flotten-DVDs von der letzten Flotte. Und ja. Und da kriegt man auch noch was, irgendwas. Ja, da kann man auch was zu essen. Hier sehen sie nochmal das Zockerturnier von hier. Sehr schön. Und, ach ja, das Wichtigste habe ich vergessen zu sagen. Und zwar, der Grund dieser Veranstaltung hier ist, dass man seine Leute von der Flotte wieder sieht. Und das Motto unseres heutigen Tages lautet Zusammenhalt erleben. Sehr schön gesagt, Emily. Ah, Emily. Oh, 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 Emily.